hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von cattle and corpse aus der early access der frontlader steht hier ein bisschen falsch rum ich weiß nicht ob das so gehört ich würde mal sagen nein den sollen wir jetzt hier irgendwie anhängen so haben wir geschafft sehr gut bewege den frontlader mit der maus ach so rum er bewegt sich nicht wirklich jetzt so hänge die schaufel an kriegen wir auch noch hin das kriege mal auch noch hin hoffe ich doch so so die wäre auch dran die ist sogar schon voll geladen ok hänge den wertemix an ok das klingt auch machbar wo habe ich den denn hingestellt da hinten doch hinten so den müssen wir jetzt dann nämlich erstmal vollladen so fahr in die nähe des silos das klingt auch noch sehr machbar da müssen wir ihn dann abhängen hänge den wertemix ab soll das da sein und stellen wir mal da hin wenn das spiel sagt der gehört da hin dann machen wir den da hin so einmal abgehängt befüllt den wertemix ja das kriegen wir auch noch hin schaufel ist noch voll ähm so hoppala falsche richtung so ist richtig da hat doch was drin hmm offenbar täuscht das der hat offenbar nichts drin das ist glaube ich noch ein kleiner bug jetzt hat er was drin ok sah anders aus gucken ob er sich jetzt tatsächlich leert jetzt passt es ja da war nur die start textur oder beim start sah das irgendwie falsch aus gut so einmal voll machen bitte steuerung muss man sich auch wieder ein bisschen dran gewöhnen aber ich finde sie eigentlich nicht verkehrt also persönlich finde ich es gut gelöst auch wenn man sich da ein bisschen dran gewöhnen muss aber man kann eigentlich sehr sehr elegant steuern so und vor allen dingen sehr fließend und deswegen finde ich das eigentlich gar nicht so falsch gibt noch ein bisschen Verbesserungspotenzial habt ihr gerade gesehen die Schaufel sollte natürlich nicht in den Betonboden reingehen aber das sind alles noch muss auch noch ein bisschen Verbesserungspotenzial geben wäre schlecht wenn es da keins mehr gäbe immerhin ist es nur Early Access und vieles ist nicht final das betont das Entwicklerteam ja auch immer wieder vieles ist einfach wird jetzt im Laufe der Zeit dann noch wieder entsprechend verbessert und finalisiert optimiert und ja das wichtigste war jetzt erstmal die ganzen Grundfunktionen reinzukriegen die sind soweit eigentlich alle drin Miststreuen fehlt im Prinzip noch weiß nicht ob das da müsste aber auch noch kommen würde mich wundern wenn nicht aber ähm also dünnen säen ernten Stroh Gras alles das ist alles drin soweit und das ist das Wichtige oh das ist gar nicht ganz voll sehe ich gerade naja egal machen wir jetzt voll aufsala so jetzt haben wir es voll da ist wirklich noch Verbesserungspotenzial mit dem Füllen von der Schaufel das kann noch verbessert werden aber ansonsten die Steuermechanik gefällt mir persönlich sehr gut ich weiß jetzt nicht wie es im LS ist hab es im LS noch nicht hab da noch keinen Frontlader so dann müssen wir jetzt den wieder anhängen wenn ich es jetzt freispielen würde dann würde ich hier natürlich mit zwei Traktoren arbeiten so aktiviere den Mixer das kriegen wir auch noch hin fahre zum Stalleingang schaffen wir hoffe ich jedenfalls der Mixt vor sich hin und wir fahren zum Stalleingang entlade den Vertimix in den Trog mit U so ist doch schon voll öffne das Info-Panel alt oh ach so dann hab ich die da hinten vergessen dann haben wir die hier vergessen so so Info-Panel alt der ist voll okay der hier ist auch voll okay der hier ist leer oder genau genau äh uh wieso entlädt er das jetzt nicht achso weil ich hier keine Menge auswähle Deswegen nicht. So. Der ist voll. Jetzt kommt der hier. So. Muss ich ja immer die Menge auswählen. Okay. Das hat sich auch geändert, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Eindeutig. So, den haben wir auch. Den brauchen wir noch. Den müssen wir auch noch voll machen. So, und dann haben wir sie alle. Okay. Gut. Tiere sind gefüttert. Wir können an die nächste Mission gehen. Den stelle ich mal hier wieder ab. So. Ähm, ja. Nächste Mission. Gucken wir gerade mal. Schnelleres Wachstum. Besseres Geschäft. Verfügbar. Machen wir. Pflanzenschutz mit Dammern. Fahre zum Fahrzeughändler. Fahre zum Fahrzeughändler. Kriegen wir hin. Fahre mal zum Fahrzeughändler. Machen wir die Gabel mal zu. Lassen sie jetzt einfach mal dran. Wäre ja. Wäre ja. Wäre ja. Weiß nicht, wir müssen sie extra abmachen müssen. Aber es stört ja auch nicht, wenn sie dran ist. Zumindest im Moment nicht von dem her. Ja, jetzt kommt die Spritze. Genau. Jetzt fahren wir mit der Spritze. Und düngen ein wenig. Ne, äh. Spritzen wahrscheinlich, äh. Pestizide und all so ein Zeug. Was auch immer man da spritzt. Müssen wir mal schauen. Was müssen wir da jetzt dann noch tun müssen. So, fahr hier einfach mal über die, über das Gras. Da haben wir sie. So. Jetzt ist er angehängt. Äh. Fahre zum Düngetank. Der ist hier. Das weiß ich zufällig. Das erste Mal habe ich den Ort nicht gesucht. Seitdem weiß ich jetzt, wo der ist. Nämlich hier. So, Ladegut auswählen. Machen wir doch. Was brauchen wir denn? Kaufe Dünger. Dünger. So. Schlauch wird angeschlossen. Oh, da habt ihr gesehen. Der ist abgesackt, weil er so schwer wurde. Gut. Ähm. Fahre zu Feld 3. Fahre zu Feld 3. Dann machen wir das doch. Das sind viele so Kleinigkeiten, finde ich, die das Spiel hier ausmachen. Und ich bin jetzt schon falsch unterwegs. Jetzt wäre darum richtig gewesen. Dann fahren wir halt hier lang. Ähm. Ja, viel so diese Kleinigkeiten. Das, äh. Hier die. Dings einfedert. Wenn sie gefüllt wird, die hat ja dann doch ordentlich. Mehrgewicht. Dass, äh. Ja, was man nachher sehen kann. Wenn wir sie ausklappen. Dass das, äh. Der hat anfangs keine Reifen. In das Auto. Ähm. Das, wenn man anfängt zu spritzen. Dass der nicht wusch. Gleichzeitig überall raus spritzt. Sondern tatsächlich von der Mitte. Den, den Druck aufbaut. Kann man schön sehen. Und das sind alles, ja. So die Kleinigkeiten, finde ich, die das auch mit ausmachen. Diese, diese Details. Und, ähm. Gefällt mir persönlich das Spiel einfach richtig gut. Und, ähm. Ich denke auch, dass es eine gute Zukunft hat. hoffe ich jedenfalls. Wäre mega schade wenn nicht, weil es kann ein richtig toller Landwirtschaft Simulator werden. Also das Potenzial dazu hat es meiner Meinung nach auf jeden Fall. Es ist halt immer die Frage, was Entwickler dann letztendlich tatsächlich, ob sie es fertig kriegen, ob sie dabei bleiben. Ja, müssen mal gucken. Müssen mal beobachten. Und ich werde es weiter beobachten. Auf jeden Fall. Jetzt sind wir dann glaube ich auch gleich da, wenn ich nicht völlig falsch liege. Jawohl, da ist der Punkt. So, das heißt das einmal ausklappen. Klappe aus. Hallo? Schön, wenn er nicht reagiert. Warum genau reagiert er nicht? Einschalten. Ah, jetzt kann ich sie ausklappen. Jetzt kann ich sie ausklappen. Irgendwas funktioniert da noch nicht ganz so, wie es sollte. So, ich schalte gerade mal aus. Da müssen wir hin. So, und jetzt könnte es ja nochmal sehen, wenn ich jetzt einschalte, fängt er in der Mitte an und breitet sich dann noch zur Seite hin aus. Finde ich toll gelöst. Das ist halt, wie gesagt, dieses Detail, was einfach viel ausmacht. Auch wenn es immer noch den ein oder anderen kleinen Bug gibt in der Mission. Das bleibt halt nicht ganz aus, denke ich. Aber da, ja, können sie sich entsprechend drauf stürzen, wenn sie jetzt da alles weiterentwickeln. So. So. Ich fahre zu schnell. So, jetzt schalten wir nochmal einen Gang runter. dass wir die Motordrehzahl halten können. Ihr seht, es gibt Fruchtschaden. Da, wo ich jetzt durchgefahren bin, ist entsprechend eine Spur. So, wie das auch gehört, wie das sein muss. So, jetzt ist das. So, dann haben wir die Bahn auch. Und jetzt geht es hier weiter. Okay, kriegen wir jetzt alle Spuren angezeigt. Hier wäre ja schon schön, wenn man auch sehen könnte, wie viel man noch machen muss. Ich hoffe doch mal nicht, dass wir das komplette Feld düngen müssen. Das wäre nicht schön. Ich würde gerne vorher skippen. Weil auf Dauer ist sowas ja auch nicht so mega interessant. Wir düngen hier das weite Land. Aber es sieht schon schön aus. Es ist schön animiert. Finde ich jedenfalls. So. Fühlt er uns jetzt tatsächlich von Punkt zu Punkt. Okay, ja in dem Fall würde ich sagen, ich beende dann jetzt die Folge an dieser Stelle. Mach das dann noch offscreen hier fertig. Und ja, sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann seid ihr das nächste Mal wieder mit dabei. Wenn wir dann in die nächste Mission starten. In diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.